Auch Heiko Brandt von der Firma Zippe sucht in einem Glaswerk bei Magdeburg den Erfahrungsaustausch mit dem Kunden. Für HNG Global hat sein Unternehmen ein komplettes Gemengehaus errichtet. Im Obergeschoss des Turmes beginnt der Schlüsselprozess der Produktion, die Aufbereitung und Dosierung der Grundstoffe. Brandt hat die Anlage nicht nur geliefert und aufgebaut, seine Firma versucht auch Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu erarbeiten. Dabei helfen die Praxiserfahrungen der Kunden. Wir sind ständig mit dem Lieferanten in Kontakt. Der Austausch mit dem Lieferanten ist sehr gut, muss man sagen. Wir bekommen Hinweise, wie die Anlage verbessert werden kann und es wird auch regelmäßig kontrolliert, zusammen mit dem Lieferanten, was könnte mal besser gewartet werden. Unser Personal wird geschult und so weiter. Die Steuerung der Gemengeaufbereitung, das Herzstück der komplexen Maschine. Ebenfalls für den Flaschenhersteller maßgeschneidert. Hier bei der Anlage war das Besondere, wir haben es schlüsselfertig abgewickelt. Also im Prinzip, der Kunde hat die Bodenplatte gestellt und wir haben alles geliefert, von Stahlbau über Silos, Verkleidung, Verrohrung, Verkabelung, Montage, Inbetriebnahme. Also es war wirklich hier ein schlüsselfertig Paket.